In seinem Buch »Herr heile mich« zitiert der ehemalige Allianz-Vorsitzende Dr. Fritz Laubach Auch eine Weissagung von Reinhard Bonke beim Beginn der Feuerkonferenz 1987 Die Erweckung, die Europa erreicht, wird eine Erweckung mit Zeichen und Wundern sein. Wir werden kilometerlange Schlangen vom Krankenwagen haben, die die hoffnungslos Kranken hierher bringen und sie werden leer zurückfahren. In Jesu Namen, Halleluja! Wunder und Zeichen am laufenden Meter Der ehemalige Allianz-Vorsitzende sagt deutlich, wie es sich hier um eine Falschprophetie handelt. Was ist nun von den Wundern, Heilungen und sogar der Totenauferweckung zu halten, die im Namen dieses Pfingstevangelisten immer mehr propagiert werden? Es ist schon etliche Jahre her, dass Helmut Weidemann, Prediger einer freien evangelischen Gemeinde, Auskunft von Bonke bzw. seinem Missionswerk Zephan, Christus für alle Nationen, wollte wegen einer angeblichen Heilung, die in der Zeitschrift Charisma von 1988 groß propagiert worden war. Das Ergebnis war ziemlich ernüchternd. Die gehalte Person antwortete nicht und die üblichen Ausflüchte und Ausreden seitens des Missionswerkes nahm der Pastor nicht gutgläubig zur Kenntnis. Darauf schrieb der ehemalige Chefsekretär von Zephan, Rolf Zillwig, im Zusammenhang mit den öffentlichen Wunderheilungen bei der Feuerkonferenz erstaunlich selbstkritisch zurück. Die bezeugten Heilungen sind spontan Zeugnisse, für die Zephan nicht verantwortlich zeichnet, sondern die betreffenden Personen. In Afrika war eine Mitarbeiterin nur zum Zwecke beschäftigt, diesen Zeugnissen nachzugehen, sie zu prüfen und sie aufzulisten. Das war mühsam und im Nachhinein müssen wir sagen, die Ergebnisse, Menschen, die dadurch zum Glauben kommen, stehen in keinem Verhältnis zum Aufwand. Es mag ein Hinweis sein, dass Golgatha wichtiger als Heilung ist. Die Antwort des Pastors lautete unter anderem, Auf der Feuerkonferenz in Frankfurt war ich selbst und erlebte, wie von Reinhard Bonke nicht wenige deutsche Personen mit großen Halleluja-Rufen als gerade Gehalt der Menschenmenge vorgestellt wurden. Aber in ihrer Zeitschrift ist trotz ihres Versprechens nicht einmal ein einziger von Ärzten attestierter Heilungsbericht einer Person aus der BRD erschienen. Wie soll das noch mit dem Wahrheitsgebot vereinbart werden können? In ihrem Brief schreiben sie, dass das wohl ein Hinweis darauf sei, dass Golgatha wichtiger als Heilung sei. Das glaube ich allemal auch. Aber warum spricht R. Bonke mehr von Zeichen und Wundern als von Golgatha? Vier Videokassetten habe ich von ihrem Missionswerk, Aber auf allen nimmt die Heilung und der damit verbundenen Rummel Es tut mir wirklich in der Seele weh, dass man das nicht anders bezeichnen kann, mindestens 90% des Inhalts ein. Will man die angeblichen Wundern nachprüfen, dann ist plötzlich ihr Auftrag die Verkündigung, obwohl sie in ihrer Werbung zu den Veranstaltungen ständig von Evangelisation mit Zeichen und Wundern sprechen. Was für eine Verdrehung biblischer Prioritäten, verbunden mit Heilungsberichten, die meist keine sind. Ich glaube wirklich an die Macht und Kraft Gottes, auch hinsichtlich körperlicher Heilung. Aber so geht es nicht. Dies ist nun eine Beobachtung, die man leider immer wieder im Zusammenhang mit diesen Wundergeschichten zur Kenntnis nehmen muss. Unwahrhaftigkeit. So berichtet die von seriösen Mitgliedern der Pfingstbewegung in England herausgegebene Zeitschrift Contending Earnestly for the Faith für den Glauben kämpfen, ein Magazin also, das da durchaus keine Vorurteile gegenüber gewissen Charismen hegt, Folgendes. Bei dem Feldzug Bonkes in Nigeria wurden 78 Heilungswunder auf der Plattform ausgerufen, aber dafür wurde danach kein Beweis vorgefunden. Bonke verfluchte Krebskrankheiten im Namen Jesu und behauptete, dass solche die blind waren, sehen konnten. In dem Programm schwenkte dann die Fernsehkamera auf den Bereich unterhalb der Bühne, wo Leute aus der Menge dafür ausgewählt wurden, wer auf die Bühne kommen sollte, um ein Zeugnis einer Heilung abzugeben. Es gab eindeutigen Beweis von Betrug, nachdem die meisten potenziellen Teilnehmer von der Bühne abgehalten wurden. Eine Person, die zwecks Zeugnis ausgewählt wurde, behauptete, blind gewesen zu sein und könne nun sehen. Aber es konnte dann gezeigt werden, wie der Betreffende auch schon zuvor sehen konnte. Der Heilige Geist ist eben kein Schaugeist und schon gar nicht ist er verfügbar. Als man Jesus zum König machen, ihn sozusagen auf das Podest stellen wollte, zog er sich zurück. Es steht nicht in der Macht des Menschen, Zeichen und Wunder anzukündigen, so als ob der Geist Gottes uns gehorchen müsste. Eigentlich sollte man dies nicht besonders betonen müssen, doch gerade im Dienst und Wirken Rainer Bonckes kann man beobachten, wie er sich immer mehr Autorität anmaßt und ganz offensichtlich biblische Grenzen überschreitet. So erklärte unser Heilungsevangelist, wie Gott ihm gesagt haben soll, meine Worte sind in deinem Mund genauso mächtig wie meine Worte in meinem eigenen Mund. Bei der Feuerkonferenz 1987 in Frankfurt brüllte er gleich siebenmal hintereinander ins Mikrofon. I release the fire of the Holy Ghost. Ich setze das Feuer des Heiligen Geistes frei. Aber das ist das Wesen der Magie, der Wunsch über Gott verfügen zu können. Gott gibt den Geist bekanntlich denen, die ihm gehorchen, nicht denen, die ihm befehlen. So machte der Gründer einer Bibelschule folgende bemerkenswerte Aussage. Der Heilige Geist ist die herrlichste Gabe an die Gemeinde, wenn sie gehorcht, und die gefährlichste, wenn sie versucht, ihn zu manipulieren. Hier kann man gar nicht mehr von Manipulation reden, sondern auch von einer Anmaßung. Es passt jedenfalls zu einem Verhalten voll in unser magisches Zeitalter. Gibt es Suggestiv Heilungen? Wir sind nun diese vielen Berichte über Heilungen zu erklären. In diesem Zusammenhang hat ein gewisser André Kohle interessante Hinweise geliefert. Er ist ein Trickkünstler oder Illusionist, wie man im Englischen sagt. Da er auch gläubig ist, hat er oft die Behauptungen der Heilungsevangelisten untersucht. So stellt er zunächst fest, dass es psychosomatische und organische Erkrankungen gibt. Zu den Eigenschaften von psychosomatischen oder funktionalen und organischen Krankheiten erklärt er, Krankheiten können in zwei Typen eingeteilt werden, funktional und organisch. Eine funktionale Krankheit ist eine Krankheit, die auf eine veränderte Funktion eines Körperorgans oder eines Gewebes zurückgeht, ohne dass das Gewebe beschädigt ist. Eine organische Krankheit geht auf eine sichtbare Veränderung in einem Organ oder Gewebe zurück. Insofern lässt sich bei der Behandlung von funktionalen Krankheiten wie zum Beispiel Bluthochdruck, Drogensucht, Rückenschmerzen oder den meisten Fällen von Kopfschmerzen keinen sichtbarer Gewebeschaden aufzeigen, aber das Organ oder das Gewebe hat eine Funktionsstörung. Im Gegensatz dazu liegt bei organischen Krankheiten wie zum Beispiel Knochenbrüche, Lähmungen aufgrund von durchtrennten Nerven, angeborenen Missbildungen eine eindeutige und aufzeigbare Beschädigung von Gewebe vor. Wie André Kohle weiter ausführt, können funktionale Krankheiten von praktisch jedem geheilt werden, der die Techniken der Glaubensheilung praktiziert. Diese sind im Prinzip weltweit anwendbar, seien es Schamanen, Psychoheiler, Medizinmänner, Magier, New Ager und so weiter. Glaubensheilungen kann praktisch jeder vollbringen. Göttliche Heilung, an die wir auch glauben, ist allerdings weder mach- noch manipulierbar. Darüber hinaus kann bei einer hochgradig sensationellen und emotionsgeladenen Atmosphäre einer Glaubensheilungsveranstaltung das Gehirn zu vermehrter Endorphinausschüttung ins Gehirnsystem stimuliert werden. Das ist der Grund, weshalb die Leute aufrichtig sagen können, der Schmerz ist weg und ernsthaft glauben, sie seien geheilt, bis schließlich der Effekt einige Stunden später nachlässt. Bemerkenswert ist auch Andre Kohles abschließende Feststellung im Zusammenhang mit Benny Hinn, dem derzeit weltweit populärsten Heilungsevangelisten, ein Mann, der auch durch Bonke in Deutschland zuerst, nämlich 1987 in Frankfurt bekannt gemacht wurde. Benny versprach immer wieder, mit mir zusammen zu arbeiten und mir und der Welt zu beweisen, dass bei seinen Wunderfeldzügen Tag für Tag hunderte von übernatürlichen organischen Heilungswundern stattfinden. Er sagte mir aufrichtig zu, dass er mir unverzüglich dokumentierte Beispielfälle zu schicken werde. Nach einiger Zeit sagte ich, Benny, ich will nicht unhöflich sein, aber ich denke, ich sollte erwähnen, dass seit 35 Jahren jeder christliche Glaubensheiler, mit dem ich gesprochen habe, mir dieselben Versprechungen gemacht hat wie du und ich habe niemals wieder von ihm gehört. Benny antwortete, du wirst von mir hören, ich werde dich unverzüglich mit den entsprechenden Namen versorgen. Andre Kohle hörte nichts mehr von Benny hin. Vergleichbar, damit sind auch andere Zeugnisse von Bonkes Wirken, so berichtet ein Augenzeuge von einer Großevangelisation in Kananga, Zaire, 1994. Es war eine sehr populäre und gut besuchte Kampagne. Sie war sehr lebendig und die Menschen spürten große Freude, aber die Leute schienen taub zu sein in Bezug auf das Evangelium, weil sie nur am Materiellen, den Wundern und Heilungen interessiert waren, die geschehen sollten. Meiner Beobachtung nach kamen die Menschen nicht, um der Evangelisation zuzuhören, sondern um die Wunder und Heilungen zu sehen, die ihnen im Überfluss versprochen worden waren. Das Ende eines jeden Tages war dem lang erwarteten Moment der Wunder, Heilungen und Zeugnisse reserviert. Während des Gebetes sollten alle, die gebrechlich, hinkend oder blind waren oder sich sonst irgendwie krank fühlten, ihre Hand bzw. Hände auf den betroffenen Körperteil legen, um Heilung zu erfahren. Wenn es irgendwelche dauerhaften Bekehrungen und Heilungen gegeben hat, durch dieses Ereignis werden wir es durch die Umfrage erfahren. Mir selbst ist jedoch kein einziger Fall bekannt. Ein paar Absätze weiter heißt es, Alle, die den Heiligen Geist empfangen wollten, sollten die Hand heben, während der Evangelist um die Ausgießung des Heiligen Geistes betete. Das heißt, er legte ihnen die Hände auf, um die Geistes Gaben zu übertragen. Diejenigen, die das wünschten, sagte er auch, wie sie im Heiligen Geist beten sollten, in Zungen. Alle, die das lernen wollten, sollten sich konzentrieren und so lange Halleluja schreien, bis sie merken, dass sie vom Geist ergriffen wurden und in Zungen redeten. Von diesem Tag war gesagt worden, dass die große Ausgießung des Heiligen Geistes stattfinden sollte und Gott große Zeichen und Wunder tun würde. Wie groß war deshalb meine Enttäuschung und mein Ekel. Obwohl sie populär war, scheint es mir eher eine Kampagne gewesen zu sein, deren Ernte im Parasiten bestand. Das Auflegen seiner Hände auf die kranke Stelle des Körpers, um Heilung zu erfahren, ist die typische Technik der Geistheiler und ist eine übliche Praxis im Mesmerismus. Über den Mähdrescher Bonke schrieb Fokus unter anderem Jeder soll seine Hand auf seine kaputte Körperseite legen und die andere Richtung Himmel strecken. Viele zucken, als wäre ein Presslufthammer in sie gefahren. Bonke babelt in etwa, dann kommt Zungenrede. Anmerkung Mehrere Minuten dauert die Orgie, bei der 200.000 Männer, Frauen und Kinder wie gackerndes Federvieh auftreten. Man wird an die Klage des Apostels Paulus erinnert. Die Leute denken, ihr seid von Sinnen. 1. Korinther 14,23 Meine Frau und mir wurde auf Madagaskar von einer Christin berichtet, wie nach Bonkes Feldzug, der wiederum mit einer Überfülle von Heilungen einhergehen sollte, viele frustriert und enttäuscht zurückblieben, weil sich die Heilungen nicht ereigneten bzw. als unecht herausstellten. Ähnliches wurde mir in Kiew, Heiderabad und anderen Orten der Erde berichtet. Erst große Begeisterung, danach jede Menge enttäuschte Hoffnungen. Darüber wird gewöhnlich vornehm der Mantel des Schweigens gebreitet. Doch es gibt nicht nur enttäuschte Hoffnungen, sondern schlimmere Folgen. Üblich für Rainer Bonke und praktisch alle Heilungsevangelisten ist eine ebenso wahllose wie schnelle Handauflegung. Die Hand ist praktisch das Medium und durch welches die Kraft übertragen wird. Die Warnung der Schrift die Hände nicht so schnell aufzulegen, hat man schon längst großzügig übersehen bzw. uminterpretiert. Als Folge von solchen unbiblischen Handauflegungen stellen sich manchmal Depressionen und schwere psychosomatische Probleme ein, denn von diesen Heilern geht eine Macht aus. So schrieb mir in einem privaten Brief eine Schwester, wie Bonke ihr in Karlsruhe die Hände aufgelegt hatte. Seit dieser Zeit hat sie mit Anfechtungen zu kämpfen. Ein ehemaliges Mitglied der BGG Biblische Glaubensgemeinde Stuttgart berichtet, Unter Handauflegung von R. Bonke wurde ich wie von einem Blitz getroffen nach hinten auf einen harten Steinboden geschleudert, wobei jedes körperliche Gefühl verschwunden war. Verletzt wurde ich bei diesem Sturz nicht. Gewöhnlich stürzen Bonkes Zuhörer bei diesen Geistmanifestationen auf den Rücken. Auch das ist das Kennzeichen der falschen Propheten. Doch dies alles ist nur die Spitze des Eisbergs. Ein Evangelist aus Süddeutschland erzählte mir, wie ein junges Mädchen von Bonke bei einer seiner Veranstaltungen geheilt wurde. Eine Woche danach war sie in der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie. Demut oder Größenwahn Sein Verhalten erinnert stark an den Zauberer Simon, der ebenfalls über den Heiligen Geist verfügen wollte, am besten durch willkürliche Handauflegung. Reinhard Bonke passt nahtlos in unser Gefälle von Magie und Zauberei zu einer Generation, für die Harry Potter zur Kultfigur geworden ist. Je mehr diese Strömungen sich ausbreiten, desto erfolgreicher wird dieser Freisitzer des Heiligen Geistes sein. Auch der Zauberer Simon gab bekanntlich vor, etwas Großes zu sein. Für Paulus entsprach die Vorstellung, den Heiligen Geist anders als durch den Glauben an Jesus zu empfangen, dem Wesen der Zauberei bzw. Hexerei. Dementsprechend sind auch Bonkes Erfolgsmeldungen. So habe ihm Gott angeblich gezeigt, wie er nicht mehr Menschen, sondern Völkerfischer ist. Auch findet er im evangelikalen Bereich immer mehr Anklang und war der Starredner bei der Feier anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Bundes der Freikirchlichen Pfingstgemeinden im vergangenen Jahr. Mit der eigenen Bescheidenheit erklärte er, wie sich bei ihm eine Million Menschen bekehrt haben. In Bonkes Missionsnachrichten kann man regelmäßig Bilder von riesigen Menschenmassen bestaunen. Groß, größer, am größten lautet die Devise. Größtes transportables Zelt der Welt, größte Evangelisation aller Zeiten, größte Ansammlung von Menschen in der Missionsgeschichte. So oder so ähnlich lauten die Schlagzeilen dieses neuzeitlichen Superapostels, des Mähdreschers Gottes, wie er auch genannt wird. Zwar wird er geflissentlich behaupten, er tue alles nur zur Ehre Gottes, doch sein Verhalten spricht viel deutlicher als seine demütigen Worte. Es hat dieses Gebaren vielmehr mit Größenwahn beziehungsweise fast krankhafter Geltungssucht, um nicht zu sagen mit dem Psychogramm eines Hysterikers, der mit der Demut eines Nachfolgers Christi zu tun. So trug die Einladung zur Feuerkonferenz in Frankfurt 1987 die bescheidene Überschrift Auftakt zur größten Ausgießung des Heiligen Geistes in Europa der Kommentar eines freikirchlichen Pastors das ist Gottes Lästerung. In Anbetracht der Tatsache, dass der wahre Grabmesser für geistliche Kraft nicht in der Dimension der übernatürlichen Zeichen und Wunder, sondern im moralischen ethischen Bereich liegt, muss man sich fragen, welch eine Erweckung da in den letzten 15 Jahren stattgefunden hat. Insider nennen die 90er Jahre das Jahrzehnt der Homosexuellen. Scheidung ist inzwischen nicht nur ein Problem für die Welt, sondern auch immer mehr für die Christenheit geworden. Gerade die gegenwärtige Regierung dokumentiert den moralischen Bankrott dieser Generation eindrücklicher denn je. Was ist es eigentlich für eine Erweckung? Welcher Geist hat dazu Rainer Bonke gesprochen? Er erklärte öffentlich im Zusammenhang mit dieser Einladung zur Feuerkonferenz Ich sehe diese Konferenz als ein Feuerleuchten Gottes, als ein Signal für ganz Europa an. Der Herr hat ganz konkret zu mir gesprochen und ich schließe nicht einmal mehr den Einsatz unseres afrikanischen Großzeltes aus. Welcher Herr hat da geredet? Nach all diesen Beobachtungen und weil sich die vielen Weissagungen von der großen Erweckung nicht erfüllt haben, wie zum Teil nun auch in Deutschland von den eigenen Leuten eingestanden wird, komme ich immer mehr zu der Überzeugung, wie diese geistesmächtigen Strömungen eine Neuauflage von 1. Könige 22 23 sind. Der Herr hat einen Lügengeist in den Mund aller deiner Propheten gegeben. Dies ist der wahre Geist der heutigen vollmächtigen Propheten, Apostel und Superapostel. Es steht ja tatsächlich eine Geistesmacht hinter ihnen, wie es auch das Neue Testament für die Zeit vor Jesu Zweiten Kommen voraussagt. Es würde auch erklären, warum in diesen charismatischen Kreisen, allerdings nicht nur dort, so viel Übertreibung, Wunschdenken, Unwahrhaftigkeit und zum Teil bewusste Lüge akzeptiert und praktiziert wird. Auch werden Versprechungen und Behauptungen gemacht, die entweder nicht nachzuprüfen sind oder sich gar nicht erfüllen können. In einer ZDF-Dokumentation vom 24. Juli 2002 über Rainer Bonke konnte man hören und sehen, wie er beispielsweise erklärte, alle Augen leiden werden geheilt oder ihr sollt prosper, ihr sollt wohlhabend werden. Dementsprechend bemerkte ein Reporter, Bescheidenheit ist seine Sache nicht. Wie kann man bei einer Menge von Tausenden oder gar Zehntausenden solche Sätze hinausbrüllen? Dies ist nicht mehr die Torheit des Kreuzes und die Wahrhaftigkeit eines Dieners Christi, sondern ein anderes Evangelium, garniert mit verlockenden Verheißungen. Man übersieht dabei völlig, dass gerade ein Kennzeichen der falschen Propheten in der Zeit vor der Wiederkunft Christi ihre großen Erfolge sein werden. Der Herr Jesus sagt in seiner berühmten Ölberg Rede nicht, sie werden einige oder einige in die Irre führen, sondern sie werden viele verführen. In der Bergpredigt heißt es, es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen gewisse Geist ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Wenn Erfolg der Maßstab für göttliches Handeln wird, dann waren Jeremia und Hesekiel die größten Versager. Jeremia musste sagen, und ich habe zu euch nur 23 Jahre lang immer wieder gepredigt, aber ihr habt nie hören wollen. Die biblische Beurteilung Bonke hat verblüffende Ähnlichkeit mit den von Paulus ironisch titulierten Superaposteln. 2. Korinther 11, 5 und 12, 11. Ab 2. Korinther 10 setzt sich Paulus mit Leuten auseinander, deren hervorstechendes Merkmal darin bestand, dass sie ungeheuer rumsichtig waren und auch prallten, dem Apostel gleich zu sein. Durch diese Leute begann offensichtlich die große Erweckung und sie rühmten sich fremder Arbeit. Sie warfen Paulus vor, fleischlich zu sein, weil er offensichtlich sich nicht rühmte und auch nicht Zeichen und Wunder in den Mittelpunkt stellte. Deswegen behaupteten einige sogar, er sei gar kein echter Apostel. Ein solcher müsse mehr Vollmacht haben. Paulus muss deswegen erklären, wie das Apostelszeichen unter ihnen geschehen sind. Er weist darauf hin, wie er sogar im Paradies war, doch es töricht ist, solche Erlebnisse oder Offenbarungen an die große Glocke zu hängen. Weil diese Superapostel ständig ihre große Vollmacht und Kraft im Munde führten, rühmt sich Paulus ganz im Gegensatz dazu seiner Schwachheit und belegt seine Apostelschaft mit der Fülle seiner Leiden. Darüber wird bei dem triumphalistischen Ansatz dieser besonderen Apostel damals wie heute gewöhnlich geschwiegen bzw. Schwachheit, Leiden oder auch Krankheit als fleischlich eingestuft. Man setzt sich heute problemlos in eins mit den biblischen Aposteln. Paulus sagt dann ungeschminkt, wie diese besonderen Apostel mit ihrem großen Mundwerk einen anderen Jesus predigen, einem fremden Geist vermitteln und nennt sie falsche Apostel und arglistige Arbeiter. Er muss den Korinthern vorwerfen, wie sie einen fremden Geist gerne ertragen und sich von Nahren, die sie ebenso gerne ertragen, knechten lassen. Genauso sieht es heute aus, sodass man fast mit Salomon sagen muss, nichts Neues unter der Sonne. Der triumphalistische Ansatz hinterlässt eine dementsprechende Spur der Verwüstung und Zerstörung. So gab es bei Bonkes geplanter Evangelisation statt einer Erweckung in der nordnigerianischen Stadt Kano hunderte von Toten. Groß wurde angekündigt, Kano für Jesus. Dieser Siegestriumphalismus in einer Stadt mit Moslemmeerheit fordert die Mohammedaner natürlich zum Dschihad heraus. Ergebnis Kirchen wurden niedergebrannt, Bonke musste mit Nigerias Luftwaffe ausgeflogen werden. Sprach man zunächst nur von Dutzenden von Toten, hieß es in den späteren Meldungen vom Oktober 1991, dass es 300 Tote gegeben hatte. Wegen zunehmender Verwirrung, irleeren und lügenhaft aufgebauschten Wundern und Heilungsberichten innerhalb der charismatischen vielfältigen Strömungen haben sich in England seriöse Mitglieder der Pfingstgemeinde zusammengefunden und in einer Zeitschrift eine Art Wächteramt wahrgenommen. Contending earnestly for the faith, für den Glauben kämpfen, heißt im Magazin, in dem manche Fehlentwicklung mutig beim Namen genannt wird, wie oben schon erwähnt wurde. In der Juni-Ausgabe 2001 ist ein Bericht über die angeblichen Heilungswunder von Benny Hinn und Rainer Bonke. Nochmals, die Autoren dieser Zeitschrift sind Leute, für die es an der Existenz der Geistesgaben heute keinen Zweifel gibt. Es handelt sich also nicht um etwa konservative Evangelikale, denen man irgendwelche anticharismatischen Vorurteile unterstellen könnte. Nachdem in ernüchternder Ehrlichkeit die skrupellosen Geldantreibungsmethoden von Benny Hinn kritisiert wurden, heißt es weiter, am ersten Abend des Feldzugs mit Rainer Bonke wurden 15 Leute zu Tode getrampelt, als sie versuchten das Gelände zu verlassen und der Albtraum ging weiter. Am zweiten Abend trug ein erschütterter Vater eines der Opfer, sein totes Kind, zu der Veranstaltung in dem Glauben, Bonke werde es wieder lebendig machen. Aber bevor er die Bühne erreichen konnte, wurde er abgewiesen. Immer noch überzeugt legte er den Leichnam des Kindes auf die Mutterhaube von Bonkes Mercedes in der Hoffnung auf ein Wunder. Die Bibel erwähnt Zeichen und Wunder in den Abschnitten, die das zweite Kommen unseres Herrn Jesus beleuchten, ausnahmslos in Verbindung mit Verführung. Anhänger dieser vollmächtigen Evangelisation zitieren gewöhnlich die Apostelgeschichte, die jedoch den Beginn der Gemeinde schildert. In den Parousie-Passagen aber, also jene Kapitel, welche die Zeit vor der Wiederkunft Jesu beschreiben, wird uns berichtet, wie diese übernatürlichen Manifestationen ein wirksames Mittel zur Irreführung der Gläubigen sein werden. Das Ende der Tage wird also nicht nur eine zunehmende Auflösung der Ordnungen Gottes und Gesetzlosigkeit bezeugen, sondern eine eschatologische Überhandnahme von Zeichen und Wundern. In dieses Gefälle der Schrift passt nun Rainer Bonke nahtlos mit seinen lügenhaften Zeichen und Wundern. Es sind die wirksamen Mächte der Verführung, denen er aufgesessen ist. Missionieren mit einem lebenden Toten Noch bizarrer ist sein jüngster Evangelisationsfeldzug mit einem lebenden Toten. Die Auferweckung eines Pastors einer Pfingstgemeinde im bevölkerungsreichsten Staat Afrikas Nigeria erregte ziemliches Aussehen. Sie soll im Umfeld eines Gottesdienstes mit Rainer Bonke geschehen sein. Bonkes Missionswerk Christus für alle Nationen verbreitet darüber ein Video mit dem Titel Vom Tod zurück ins Leben das die Ereignisse dokumentiert. So soll Daniel Ekechukwu wie der Pastor heißt am 30. November 2001 angeblich wegen eines Autounfalls gestorben sein. Seine schwangere Frau Nneka ist schockiert doch sie erinnert sich dann an eine Stelle aus dem Hebräerbrief Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung zurückerhalten. Sie fühlt dieses Wort sollte auch ihr gelten. Es gelingt ihr am Sonntag 2. Dezember den Toten im Sarg zu einem Gottesdienst mit Rainer Bonke nach Onitscha zu überführen obwohl der Totenschein schon ausgestellt ist. Das Wunder geschieht Daniel Ekechukwu wird wieder lebendig. In dem Video wird eine Verbindung zu der biblischen Geschichte von einem reichen Mann und armen Lazarus hergestellt. Ganz im Gegensatz zu der Aussage in diesem Abschnitt wird erklärt, die Bitte des reichen Mannes sei nun doch noch erfüllt worden. Die Auferweckung Daniel Ekechukwuchs sei Gottes letzte Warnung an diese Generation. Noch verwirrender wird die Geschichte, wenn man erfährt, dass dieser Pfingstposter gar nicht erlöst war. Ein Engel soll dem Verstorbenen offenbart haben, dass er gar nicht gerettet ist und zu Daniel gesagt haben, wenn Gott nicht beschlossen hätte, dich zurück zur Erde zu schicken, kämpfst du zu den Leuten in der Hölle. Bonke berichtete dies selbst bei einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBN, wo er Pat Robertson von dieser Totenauferweckung erzählte. Darauf hat Pat Robertson erschrocken geantwortet, aber der Kerl war doch ein Pastor, nicht wahr? Darauf Bonke, er war ein Mann, der nicht richtig gelebt hat. Pat Robertson, dann war er ein Schwindler. Rainer Bonke, er lebte nicht richtig, jetzt lebt er richtig. Hier wird es offensichtlich, dass sich die Bitte des reichen Mannes gar nicht erfüllt hat. Der Reiche bat ja darum, dass jemand aus der himmlischen Welt, Abraham Schoß, auf die Erde zwecks Warnung zurückkehren möge. Lazarus war ja im Frieden Gottes entschlafen. Pastor Ekechukwu war erstens angeblich gar nicht erlöst und wird dementsprechend aus der Hölle zurückgeschickt. Es handelt sich hier also nicht um eine himmlische Mitteilung, sondern buchstäblich um eine Botschaft bzw. einen Gesandten aus dem Abgrund. Der reiche Mann in der Geschichte im Lukas Evangelium befindet sich ja wörtlich im Hades. Gemäß Offenbarung 6,8 wird nun dieses Totenreich vor der Wiederkunft Jesu weltweit losgelassen. Die Vorschattungen kann man immer deutlicher wahrnehmen. So wie eine biblische Erweckung das Reich Gottes ausbreitet, sehen wir heute wie der Hades, gemeint ist das Reich der Finsternis und des Todes, über die Okkulterweckung unserer letzten Tage immer mehr um sich greift. Parallel dazu wachsen die Vorschläge, wie sie schon in die Bibel die Betonung auf das Wort legt, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören, kommt das Nein aus dem Totenreich. Nein Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Mit anderen Worten, der reiche Mann möchte ja mit dem Auge missionieren, wenn die Menschen sehen, die Tote lebendig, lahme und aussätzige gehe Wirklichkeit ist es ein Vorschlag, ein Gruß, ein Evangelium aus dem Totenreich. Gerade dieses Ansinnen wird durch Abrahams Antwort zurückgewiesen. Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Hier kann man nun zusammenfassen, was von diesem Ereignis im Besonderen und von Bonkes Dienst im Allgemeinen zu halten ist. Es ist ein Gruß aus dem Toten Reich, eine gute Nachricht aus dem Abgrund, garniert mit vielen biblischen Begriffen. Diese Macht des Hades ist es auch, die sich hinter diesem Völkerfischer verbirgt. Gäbe es keine Okkult Erweckung, Bonke würde so gut wie keine Heilungswunder vorweisen können. Abgesehen davon, dass seine propagierten Sensationen gewöhnlich mehr seinem Wunschdenken denn der Wirklichkeit entsprechen. Er ist ein Gericht Gottes über eine gerichtsreife laodizeische Christenheit. Deswegen entsteht im Gefolge dieses Mähdreschers Gottes eine Spur der Verwirrung, Enttäuschungen und leider auch buchstäblich Toten. Allerdings muss um der Fairness willen gesagt werden, dass Bonke eine ausgezeichnete Predigabe besitzt und manchmal das Evangelium sehr deutlich und bis eindrücklich verkündigt. Gott ist souverän und es gibt tatsächlich Leute, die durch diesen Mann zum Glauben gekommen sind. Es wäre Unsinn, dies abzustreiten. Doch spätestens, wenn er zu seinen Heilungen und Demonstrationen der Geistesausgießung aufruft, wird er zum Magier bzw. Medizinmann. Durch seine Fähigkeiten, ähnlich wie ein Hypnotiseur, die Massen mitzureißen, kommt es zu großen Begeisterungen und euphorischen Erwartungen, spektakulären Heilungen und danach folgt wie auf eine Droge bzw. einen Rausch, die große Ernüchterung. Es ist wie die Feststellung von Watchmen nie über den damaligen Einbruch der Pfingstbewegung in die chinesische Erweckung. Wenn wir auf diese Zeit zurückblicken, stellen wir fest, dass der Gewinn gering, der Verlust aber sehr groß war. Der Herr Jesus seufzte, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, denn das Zeichen des Propheten Jonah. Keine Generation ist derart arg und ehebrecherisch geworden wie diese gegenwärtige. Kein Wunder, dass sie nach Zeichen verlangt und betrogen werden will. Kein Wunder, dass Bonke so erfolgreich ist. Ich bin und das es . Ich bin ein zweit, ich bin ein zweit, ich bin ein zweit, Ja, 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 ja.